Hallo zusammen zur folgenden Aufgabe. Was ist das Ergebnis dieser Rechnung? 0,9, 9, 45 oder 90. Benötigst du noch Bedenkzeit, dann klicke kurz auf Pause, gleich gibt es die Auflösung. Kommen wir zur Auflösung. 3% bedeutet 3 von 100, also 3 Hundertstel. Mal 15%, also 15 Hundertstel. Und dieses von bedeutet mathematisch ein Malpunkt, also von 200 mal 200. Jetzt können wir kürzen, eine Null oben, eine Null unten, eine Null oben, eine Null unten. Im Zähler bleibt übrig 3 mal 15 mal 2 und im Nenner 100 mal 1. 3 mal 15 mal 2 ergibt 90 und 100 mal 1 ist 100. Hier kann ich wieder kürzen, eine Null oben, eine Null unten. Ich habe also 9 Zehntel und das ist 0,9. Der Zähler ist das Ergebnis und die eine Null gibt an, dass wir eine Nachkommastelle brauchen. Richtige Antwort, also Antwort A. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr richtig wart und teilt dieses Video doch mit eurem Freunden. Danke und bis zum nächsten Mal. Hat euch mein Video geholfen, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal an eure Klasse und Freunde weiterempfehlen würdet. Vielen Dank und bis bald. Bis bald. broke. 病. herkastelle. 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 Vielen Dank.